Hey, Blitzrezept der Allerhänse. Ein offenes Gemüseomelett mit Feta, Zwiebel, Staudensellerie und dünne Streifen schneiden, Avocado, Kirschtomaten und die viertelt ihr ein Stück gute Butter in die Pfanne. In die Gemüse rein. Die Gemüse werden jetzt hier ein bisschen angebraten, zwei Minütchen. Wenn das Gemüse schön Farbe hat, ha, hier, das Avocado-Gewürz in love. Und da kommt ordentlich was rein, schau mal her. Das Gemüse jetzt raus. Drei Eier. So, aufschlagen, ein Stückchen Butter in die Pfanne. Jetzt das Ei einlaufen lassen, mittlerer Temperatur. Vorsichtig stocken lassen. Ein halbes Minütchen auf dieses offene Omelette, das Gemüse wieder drauf. Last but not least, Feta-Käse, grob rübergebröselt, bisschen Shedder und jetzt los Minutos. Ready for take-off, Achtung, Daumen drücken. Ja, 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 ja. Noch ein bisschen Creme Fraiche. Das Henses Balsamico Essig Sirup. Und das ganze Rezept gibt es natürlich auch hier.